Unglaublich. Robert Habeck lässt das Wahlvolk nach seinem letzten Interviewauftritt verzweifelt zurück. Was war passiert? Herr Habeck trat am 4. Februar bei Karin Miosga auf, um sich dringenden politischen Fragen zu stellen. Frau Miosga entgegnete diesem mit einer überspitzten Frage, ob er sich schon daran gewöhnt habe, an allem schuld zu sein. Dies wies er aber von sich und erklärte lediglich, mit den Plänen des Heizungsgesetzes Wähler verschreckt zu haben. Interessanterweise machte Herr Habeck deutlich, dass gezielte Steuererleichterungen für Unternehmen geplant seien, um die zurückgehenden Investitionen in die deutsche Ökonomie wieder zu befeuern. Auch Subventionsprogramme sollten gestartet werden, jedoch würde der Bundesrat im Wege stehen, diese in der geplanten Höhe umzusetzen. Herr Habeck begann seine weiteren Planungen zur wirtschaftlichen Befeuerung Deutschlands zu erklären. Dabei wirkten seine Aussagen immer mehr, als handele es sich lediglich um Wünsche und nicht um klare politische Maßnahmen. Die ökonomischen Unkenntnisse des Bundesministers für Wirtschaft und Klimaschutz äußerten sich durch unklare, fachfremde Aussagen. Selbst bei der klaren Frage nach einer Umsetzung für eine Senkung der Gewerbesteuer verwies Herr Habeck auf das Drängen der politischen Opposition um Friedrich Merz und die CDU. Dabei wäre die Steuerlast für Unternehmen bei ungefähr 30 Prozent, während diese im Ausland, beispielsweise in Frankreich, bloß bei 25 Prozent läge. Eine Senkung um 5 Prozent würde jedoch 30 Milliarden Euro an geringeren Steuereinnahmen bedeuten. Dies wäre laut Habeck nicht umsetzbar. Den Krieg in der Ukraine nannte er als Hauptursache der Probleme in unserem Land. Außerdem wurde noch der politische Erfolg der AfD benannt und der damit zusammenhängende Aufstieg des Rechtsextremismus, welcher laut Habeck durch die AfD verbreitet würde. Deshalb begrüßte er auch zunehmend die anhaltenden Demonstrationen gegen rechts. Nach dem Auftritt des Wirtschaftsministers ist eines klar geworden. Die Regierung wird ihre Politik weiterhin fortsetzen. Es könnte eine marginale Steuererleichterung für Unternehmen durchgesetzt werden. Sämtliche Steuermehrbelastungen würden jedoch bleiben. Außerdem ruft Robert Habeck die Gesellschaft auf, sich gegen die AfD zu stellen. Es wird deutlich, die Demos gegen rechts sind lediglich Demonstrationen, welche von den Protesten der Bauern und Handwerker ablenken sollen. Es geht der politischen Klasse um Machterhalt, um jeden Preis.